Die Räume geschossen ist und auch hier im Zelt gefilmt hat. Heute 19 Uhr ist es soweit Sachsen-Anhalt heute. Wer also im richtigen Moment sich unauffällig aus der Seite rausgehichtet hat vor die Kamera, ist mit dem Bild und hat sich heute Abend 19 Uhr. Form kann sie ja selber sehen, das heißt, wer noch nicht abgefilmt worden ist, einfach mal das Gelände absuchen, wo die Kamera ist und einfach zwischen Linse und Moderatorin werfen. Und das sichert dann auch heute Abend die Präsenz. Nur mal eine kurze SMS an die Familie, ihr glaubt nicht, wer heute im Fernsehen ist. 19 Uhr Sachsen-Anhalt heute, aber noch ist es nicht soweit, es ist ja gerade mal kurz vor Nacht.